Willkommen zurück im Sinkhole von Sephoraist. Hallo. Ich habe versucht ob wir hier mit dem schönen Kletterhaken runterkommen, aber es funktioniert nicht. Leider. Ich dachte vielleicht, dass hier irgendwo so eine Wand ist, wo man runterklettern kann, aber leider nicht. Ich glaube, einfach eine Höhle finden und es muss uns halt noch entscheiden, wo wir jetzt so ungefähr hingehen wollen zum Suchen. Ich würde sagen, wir gehen in diese Richtung. Ja genau, da will ich auch hingehen. Ich habe ich Hunger und Durst, aber ich habe noch Snacks und sodas dabei, das geht schon. Was ist denn hier? Hey, was ist das denn? Ein ausgetrockneter Teich oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja wahrscheinlich irgendwie sowas. Nicht, dass man es weg sprengen kann und dann dadurch dann... Ja, aber jetzt sind die Anzeigen, oder? Ja, das schon, ja. Jetzt hat sich gerade so angehört, als wären wieder eingeborene hinter mir. Der hat schon gesagt Paranoid, weil die greifen das ständig an, das ist... Ja, das stimmt. Also momentan ist echt furchtbar. Stell dir mal vor, wir würden diese Effis aufstellen, wenn wir noch aggressiver werden dann. Aha. Oh, unsere Kisten. Warum auch immer. Ah, vielleicht ist Dyname... Ach. Hey, da ist... Geil! Da ist nichts dran. Aber da ist ein Ding dran, wo man durch können. Äh, ich markier's einfach schonmal, ne? Da war was? Nein, wir mal hier ein bisschen umgucken. Oh, Alter! Das ist... Adi, jetzt übertreiben die Entwickler. Hm? Schau dir das mal an, das habe ich noch nicht gesehen. Was denn? Wo bist du denn? Ah ja, das ist ein... Hey, das ist Stoff. Und ne Armbanduhr. Scheiße. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Jesus. Jesus ist tot. Iiii. Ohne. Uh, uh, schön. Iiii, schau dir das mal an. Ey, Alter, was ist mit dem denn passiert? Äh, ja. Schau dir den mal bei mir an, hier. Ja, ich glaube, das ist... Oh Gott, da sind die eingeweiht. Ja, genau, das hatte ich auch gerade. Genau das gleiche ist bei mir hier. Wie soll ich jetzt Schaden bekommen? Ich weiß nicht, ich bin ewig zu weit weg. Äh. Ich kann es nicht gewesen sein. Jetzt schon Paronid? Ah, hier sind so viele Uhren irgendwie. Ja, ich merks. Guck einen mal an. Hier ist ein Zeltplatz. Wunderschön. Direkt hier am Wasser. Vergess nicht, wir haben da noch einen Spalt zu erkunden, ne? Ja, ja, das machen wir gerne. Könnte unser Sink-Holes holen? Sink-Hole. Einen Topf. Aber nicht. Oh, bitte habe ich jetzt nicht den falschen Topf weggewerfen. Natürlich. Eine habe ich nicht. Zelt ist ganz schon stabil. Was ist denn denn? Rock collected. Ja. 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 Ich will es halt gerne nur bei den Mutanten irgendwie benutzen. Dem, 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 dem. Oh, Alter. Oh mein Gott, das hat sich bei mir jetzt aufgehangen. Ah ne, jetzt bin ich fast drin. Und jetzt bin ich drin. Ey, der hat sich gerade irgendwas aufgeschrieben. Ne? Hat man gehört. Ja. Mal kurz gucken. Alter. Wir haben schon voll viel rein. Warte, ich muss doch mal ganz kurz was trinken. Drink. Eat. So. Notizen. Start ist 43, äh 43 haben wir schon. Cool, jo. Soll ich geh mal weiter, ne? Setup Defense. Soll uns das warnen? Was denn das? Hey, da ist ein. Au, au, au. Hä? Warte kurz. Warte kurz. Ich glaub das wurde vom Jimmy gemalt. Warte, ich bin gleich da. Moment. Hat der eine Kamera in der Fresse? Ja. Der hat die Kamera in der Fresse. Leute, ich seh nichts. Müsst ihr seh ich hier gar nichts. Mach mal ganz kurz. Schnapp kaputt. So. So. Glaub der soll uns warnen, das Bild hier. Hm, schön. Was, welches Bild? Ach da. Hey, das muss man doch aufheben können, oder? Ach jetzt. Hä? Du hast ein ganz anderes Bild als ich. Ja, ich hab hier geköpften. Du hast ein Flugzeug. Ne, ich, ich hab den geköpften. Ja, da war so ein Mann der geköpften Kopf. Ach so, weil, wo ich jetzt bei dir hingeschaut hab, da war es so ein Flugzeug. Loll. Mach mal, mach mal auf hier. Ach jetzt haben wir beide Fackeln. Okay. Das ist blöd, wenn wir beide Fackeln. Warte, ich nehm den Kopf. Weh. Mh. Lecker. Also ich hätt noch bisschen Hunger. Bisschen Hunger. Da konntest ich ja nicht zusammenreißen, irgendwie. Ah, da ist ein südter Kisten. Eh, Sodassone. Oh, dann trink ich halt eine. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Sodassone ist jetzt nicht allzu oft, aber ich hab jetzt alle mitgenommen, weißt du fast. Ich auch. Das ist... Oh, da hängt jemand. Das ist da. Auch Sodass. Okay, dann merken wir uns die Hülle für Sodass. Also wieso schneiden die eigentlich dann die Gedärme raus und essen dann nicht? Das ist echt zu widerlich. Ich hasse Wilderer. Ah hey, an der Decke. Ja, ich hab's gesehen. Fledermäuse wieder. Es geht nach unten. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir müssen vielleicht dann mal wieder eine Baufolge machen. Nächste Folge, ne? Mhm. Aber sowas ist wahrscheinlich ein bisschen spannender zum angucken als Bau. Ja, gut. Aber ein bisschen abwechselnd soll es doch sein, oder? Ja klar, aber ich möchte schon die... Bei manchen Leute gucken vielleicht, alter nicht noch mehr Sodass. Die, oder? Soda. 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 Alter, das ist doch... Ich trinke noch was. 1, 2. Ne, ich bin leider halt dran voll irgendwie. Ja und? Ich hab ja mal vielleicht Helps voll oder so. Was ist das? Kann man das kaputt machen? No. Oh, meine Fakten ist ausgegangen. Und wieder anzünden. Hey, da hinten ist Licht. Ja, das ist halt so eine Skull-Lamb. Hey Skull, deine Lamb. Wieso bauen eigentlich ein Geborenes, so so Holzwände? Ich weiß es nicht. Oh, hält der nicht noch? Was ist denn das jetzt? Nochmal. Sag mal, jetzt übertreiben die ein bisschen her. Ja. Entschuldigung. Kann es sein, dass die da irgendwie so so Gefängnis machen, weil da überall so Leichnen drin liegen? Ja, aber ich mein, die kommen da auch easy durch. Noch ne Wand, ey sag mal jetzt. Ach so, da ist aber nix dahinter, oder? Nix dahinter? Ne. Moment, die kommt mir doch ziemlich bekannt vor hier, oder? War das nicht schon die Höhle, wo wir mal anders abgebogen sind? Ne, ich weiß nicht. Die ist ziemlich groß. Weil, wir können jetzt nach oben gehen, und wir können auch nach unten gehen, ne? Ja. Ich mag mal nur mal hier kurz nach oben gucken. Uah. Alter, jetzt bringt sogar die, die, die Fackel kaum Licht hier. Bei so Riesenräume bringt's ja sogar die nix fast. Ah, hier ist ein Seil noch. Ach, hier geht's wieder. Doch, da waren, das, doch, da waren wir da schon, oder? Es ist doch die, ach, das ist die, ne, oder? Doch, 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 hier waren wir schon, weil wir versucht haben, hier jemanden reinzuwerfen in dieses Feuer. Ja, kann das sein? Ja, ja, doch. Wollen wir ganz kurz nach oben glättern und müssen Marker machen? Ja. Wart. Ach, das ist das Ding mit den Handtaschen. Doch, doch, hier waren wir schon mal. Alter, jetzt ist das Loch offenbar wieder extrem weit weg. Ja, ja, das ist, das ist brutal. Ich weiß schon. Ja. Hat so groß ausgeschaut und wlup, klein. Ja, dann gehen wir zurück weiter, ging's anscheinend weiter. Aber wo sind wir hierher gekommen? Was ist denn? Frag mich auch grad, irgendwie. Alter. Das ist echt komisch, irgendwie. Alter, das sieht so übel aus. Weißt, das Loch voll nah und du voll klein. Wow, auf einmal lädt's hier alles. Mach da mal, dass wir dort schon rum waren. Fuck. Mutanten, ganz schnell. Äh, Farbe, welche Farbe? Äh, hier, dass wir jetzt schon mal da waren. Ja, hier, rot. 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 Bitte sehen Sie mich nicht. Alter, ich möcht' die Farbe rot haben. Fuck. Grün. Orange. Ja, lila halt. Mach dein lila. Das ist lila-rot, was wir beim anderen auch hatten. Ja, ich hab' jetzt glaube ich... Was ist das? Ne, es ist rosa-pink. Meine Fresse. Ja, ich lass' jetzt einfach. Jetzt. Das ist rot. Jetzt hab' ich rot. Also nicht lila. Oh, das war lila. Scheiße. Dann müssen wir mal durchklettern. Sind wir dann von hier gekommen? Weil hier geht's... Hier geht's ein Seil nach unten. Wieso kann ich da nicht... Nanananananananananana... Na... Ne, also, dass die so... So'n Typen echt zur Hälfte schneiden, das ist echt hardcore, ne? So... Das ist echt widerlich. Wo bist du hin jetzt eigentlich? Hier einfach runtergelaufen, dort wo wir hergekommen sind. Na, warte, ich brauch meine Fakke, weil du jetzt bist ja weg. Jetzt seh' ich hier nix. Wollen wir mal entgegenkommen? Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' Hunger. Ich ess' mal paar Snacks. Ach, hier sind ja wieder die ganzen... Zelte? Ist irgendwas... Ich bin gar nicht mehr so spaßig mit Snacks und so dabei. Da finden wir echt. Also... Es geht. Hier bin ich. Ja. Hier waren wir schon, wenn man das gar nicht durchsucht. Hier war ja nichts. Aber ich frag mal, wo wir wieder hergekommen sind, weil... Ja, wieso ist das jetzt ausgegangen? Ah, warte mal kurz. Ich muss wieder Stoff hinnehmen. Also... Meine Ding leuchtet immer noch. Das ist immer noch die erste, Mann. Was ist das? Mal nun. Du musst mal... Ich weiß nicht, ob du das immer machst eigentlich. Das ist für mich selbstverständlich. Wenn du deinen, äh... Upgrade-Stick mit Stoff hast, ne? Ja. Dann musst du es nochmal mit Alkohol versenken. Ach so. Ups. Dann hält das ein bisschen länger. Bei mir zumindest. Sind wir dann wirklich von hier gekommen? Was meinst du? Hat mal kurz... Ja, wir sind durchs Wasser hergekommen. Ja, hier unten. Ach, da unten leuchtet. Das ist alles, wenn wir da schon mal gewesen. Als hätten wir da mal ein Land fallen. Wasser... Ja... Haben wir jetzt hier nicht... Hier haben wir doch gegen so einen Mutanten gekämpft. Hier oben. Wirst du hochgekommen und dann bist du auch hier runtergefallen, oder? Wannst du nicht? Ach, ja. Das kann ich nicht. Obwohl, war das hier so tief? Ich weiß gar nicht. Ähm... Ja, doch. Wir kommen jetzt doch sehr bekannt durch, ne? Obwohl... Oh nein, ja. Das ist die Höhle, wo ich den Bug hatte. Weil ich hab schon wieder den gleichen Bug. Ich hab den Bug jetzt auch. Oh. Cool. Ist es die Höhle? Ich bin mir gar nicht zufrieden. Es ist wieder weg bei mir. Ja, ist auch bei mir auch weg. Hier sind Kisten. Kann man die aufmachen? Natürlich nichts drin. Nichts drin. Warte, wie viele Kisten hier sind. Ich habe gerade hier so ein Geräusch gehabt. Wie damit... Oh, so das... Über alles. Ja, warte, ich hab noch ein paar getrunken. Das ist vielleicht ganz gut. Hä, aber wieso haben wir hier zuwider das Geräusch? Ah, hier sind's äh... Old... Ah, hier sind Kugeln. Einen Stoff. Ah, Stoff. Ach, war das unsere Stoffhöhle? Die war... Die Munition, die äh... respawned dann wieder. Das könnten wir uns hier merken irgendwie. Dass wir dann hier runterkommen und immer wieder Munition kugeln. Weil die respawned da wahrscheinlich, wie es ausschaut. Hallo? Ah ja, das ist die Höhle. Ja, da waren wir schon drum. Aber mit die Höhle wollten wir eh nochmal gehen, weil wir... Schau mal. Hä? Das haben wir wohl nicht gesehen. Was zum Teufel? Was ist mit uns los? Es ist echt wichtig, da echt öfters irgendwie hier rein zu... Ja, probier's mal mit so einer normalen Bombe, ob das auch geht. Ach, ne Haftbombe. Glaubst du das? Alter, das lecker bei mir, wie kacke, alter. Ist ja richtig nice. Uah, ich komm nicht rum. Hä, ich komm nicht rein. Ach doch jetzt. Hier waren wir anscheinend nicht, ne? Doch, oder? Doch, hä? Die Wand ist wieder zurück. Doch, da sind wir doch hoch. Ich hör... Ich hör das Rampel. Tolli. Doch, die waren wir schon mal. Doch. Hier sind wir doch rausgegangen. Also irgendwas stimmt hier grad nicht. Ich bin grad ein bisschen... Ah, hier sind wieder Kugeln. Aber ich hör das schon wieder so... Ach, ja. Hm. Hier, das ist doch, 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 das... Hier waren wir schon. Von hier... Von hier sind wir letztens gekommen. Ja, aber wieso... Die ganzen Holzdinge noch da... Fels waren das auch noch mal da und so? Glaub, das ist halt noch ein bisschen verpackt, ne? Doch, hier waren wir. Ja, ja. Da können wir eigentlich wieder direkt zurückgehen, oder? Naja. Oder kann man die Wand da hochklettern? Ne, oder? Da sind wir ja hochgeklettert. Warte, jetzt. So, ne? Da sind wir ja hochgeklettert. Ist das hier? Ja, da sind wir hochgeklettert. Ja, da sind wir hochgeklettert. Und was ist da unten? Da war dieses Wasserloch. Wasserloch, dann sind wir hochgeklettert. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann sind wir jetzt eigentlich hoch. Oh man, oh man, oh man. Ich w środow, das sind wir am von oben. Was? Hallo, warum ist's in meinem Facel wieder ausgeben? Ah, jetzt ist es schon weg. Ja, Stoff ist gerade ausgangen. Das war jetzt meine erste Faktion. Ist jetzt erst aus. Julio Ach da, die Wand hoch Ja, das ist die Wand hoch Und da unten Da sind wir echt alles abgelaufen Ja Ach, das war der Ja, jetzt, das ist die große Höhle Ja Ja gut, aber theoretisch könnten wir Jetzt da wieder hochklettern Und dann den anderen Ausgang nochmal zu markieren Dass wir so nach und nach Das wir vielleicht dann ungefähr wissen Oh, interessant Sollen wir mal wieder dort Ja, wir könnten ja mal die Hunde durchlaufen Und dort markieren, wo wir Ja Rauskommen Hier war nichts, oder? Na doch, da war was Hier war Ich glaube, da war nichts Ne, da war nichts, oder? Nö Oh Ich höre nur wieder getrampelt, mehr höre ich nicht Jetzt ist es wieder weg Das nervt mich immer noch, dass da unten nichts ist Das kann nicht sein Ich glaube, da haben wir 100 pro irgendwas übersehen Kann doch nicht sein, dass da unten Ah, hier, guck mal, da unten ist noch unser Speicherding Unser Haus Ja, stimmt Machen soll Das hat sich aber irgendwie nie angezeigt Kann das sein? Wenn wir außerhalb der Hülle waren Doch, doch, wenn wir Das außerhalb der Hülle wurde es nicht angezeigt, ne? Wenn wir eigentlich runterhauen, das ist wieder die geile Ah, ne, das ist ein R Ja Na, Edna, lass mal hin Da auf, ey Da wieder runter Ja genau, das kann ich mich noch erinnern Hoch, runter, hoch, runter Da war auch vielleicht ein bisschen anweilig, dass wir jetzt in die gleiche Höhe nochmal durchgehen Ja, aber wie lange war die denn? Ja, das ist vielleicht doch schon ein paar Folgen Ist hier schon zu Ende? Ne, hier ist noch nicht Sonne, ne? Ne, hier ist es einfach nur Ah, jetzt sind wir Ah, jetzt, jetzt sind wir da Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht Oh, oder? Ja, ich weiß ja nicht Soll ich hier eine Markierung machen? Ne, warum? Eigentlich nicht, oder? Ne, das ist irgendwie aber kein Sinn Heftig kann man von hier aus runterklettern Das wäre ein Ding Das habe ich jetzt in der Hand Oh mein Gott Was? Es geht Es geht Nein Doch, es geht Oh mein Gott Oh, 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 oh Alter, ich flieg runter Ich bin tot Nein, ich lebe Ich lebe noch Wo bist du? Ja, aber ich bin auch hier Hier ist, weil hier so ein Ding ist Da hat er losgelassen Äh Alter, aber es sind voll die fetten Mutanten unten Einer Echt, was? Zwei Ah ja, stimmt Und drei kleine Warte, ich muss mal schon eine Medizin nehmen Ja, mach das mal Wir haben ja genug Ich muss einmal das Nix essen Kommen wir eigentlich dann wieder hoch? Äh Äh, wie kommen wir da jetzt nochmal runter? Ja, da gibt es bestimmt irgendwie Dann finden wir vielleicht die Höhle Wie wir da reinkommen dann Wenn wir hier die Höhle rausnehmen Vielleicht Ey, kann man das einfach rüber gehen Und dann auf die weißen Felsen da gehen? Ich hoffe Äh Ähm Warte, ich nehme nochmal das Ding in die Hand Es geht irgendwie nicht mehr Aber cool, dass man doch da runterklettern konnte Aber irgendwie Ich habe ein bisschen Angst da runterklettern Alter, wo ich da drüben war Hattest du nicht so hoch ausgeschaut Und jetzt? Oh, warte Scheiße, das ist nicht so ganz gut jetzt Das haben wir auch ein kleines Problem Jetzt wird es dunkel Nee Doch Es wird langsam dunkel hier, kann das sein Ich weiß es nicht Warte, kann man hier Alter, ich sehe hier gerade gar nichts Gut, und es sind echt Mutanten und so Zeugen Ach, da kommst du wieder hoch Das ist gut Warte, dann probieren wir es mal hier direkt Hier muss man doch irgendwie wieder klettern können Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Kurz geht's und dann Ich bin jetzt für scheiße, oder? Weil das Wasser ist auch nicht hoch genug da unten, glaube ich Beim Rundersprung ist man tot Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich bin tot Okay Aber du konntest Ich bin kurz stehen geblieben Und dann hättest du schnell Medik nehmen können Theoretisch Du musst jetzt irgendeinen Weg runterfinden, Mann Ja, ich versuche mein Bestes jetzt Bitte, Mann Scheiße Wann haben wir das jetzt mal gespeichert? Ich habe keine Ahnung Fuck Wurscht jetzt Da haben wir halt Jo Woll Watt, watt Medik nehmen, Medik nehmen Dass du wieder voll bist Nee, nee, ich bin noch nicht runtergesprungen Jawohl Ja, Medik nehmen Medik nehmen Falls du Leben verloren hast und dann mich Heilen Komm, Schluss, klar Jawohl, ich habe To-Do-Liste Ja, komm, ihr scheißt eine To-Do-Liste, Alter Mein Ding geht fast voll Oh, Mutanten Ja, egal Ich muss Alter Hey, wie komme ich da hoch? Alter, ich komme da glaube ich nicht hoch zu dir Alter, jetzt verarsch mich nicht Hälfte ist voll Ich komme da nicht hoch zu dir Was, kann ich da klettern? Alter, bitte, komm schon Ich bin schon fast tot Ich komme da nicht hoch Oder was? Komm da nicht hoch Fuck, 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 fuck Da, da ist eine Höhe Ja, doch Warte, ich komme Ich kann, ich kann klettern Alter, scheiß Mutanten Ich bin fast tot Ich bin schon beim Schädel angelangt Ich sehe, ich sehe nichts Ja, ja Ja Alter, ich muss rüber klettern Klettern Ich bin Ich sehe gerade nichts Gleich ist vorbei Ja, ich sehe dich, ich sehe dich Ich sehe dich Ja Ja Alter, okay, ich konnte hoch Ich konnte hochklettern Genau, unter uns ist ein Höhleneingang Aber da unten sind viele Mutanten Ähm Wo sind wir denn jetzt? Ach, okay, okay, okay Unter uns ist ein Höhleneingang Ja Ganz der Große Alter, wir sind unten Geile Motto Geile Weil wir hier oben schnell was bauen und übernachten und speichern Geht das? Warte, pass auf Kann ich hier was bauen? Warte, ich werfe da ist ein Molli runter Find a way to sink Was? Ne Find a way to Klimbrocks wall Hä? Find a way into the sink Okay, naja Ähm Nö, ich kann hier oben nichts bauen Nur da unten Oh, warte doch Warte Warte, musst mal Bomben aktivieren oder auch nur runterwerfen Ne, bei mir ist einfach runtergeworfen Gut, egal, schon da Äh, ich hab keine Sticks mehr Hast du doch Sticks? Gott sei Dank Ah, wir können nicht schlafen, aber Oder speichern wenigstens Man, das war jetzt aber knapp Boah, Alter, das war wirklich knapp vom Ende Knapp vorm Staffelende, ich sag's dir Hey, sie sehen uns nicht mehr Jetzt sind wir Oh, weg Ähm, da, 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 da Ach, scheiße, ich habe eine Sticks können und dann machen wir hier ja auch mal morgen sozusagen machen was so genau dann bis gleich